Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Planes. Heute habe ich euch mal den Lead Button mitgebracht. Das Flugzeug ist ein weiteres Mitglied der Planes Dicast Serie von Mattel und kostet in Deutschland 9,99 Euro. Und hier wie immer noch mal der kurze Blick auf die Rückseite der Verpackung. Im Anschluss jetzt werde ich das Modell mal auspacken und dann schauen wir uns das Ganze mal näher an. Das Modell besteht aus Metall und Kunststoff, ist im Maßstab 1 zu 55 und der Hersteller ist Mattel. Zur Verarbeitung. Der Rumpf besteht aus Zinkdruckguss inklusive der Leitwerke. Der vordere Teil des Rumpfes, was hier der Motor ist mit dem kleinen Propeller, der sich drehen lässt, das besteht komplett aus Plastik. Genauso wie die Tragflächen, die bestehen auch aus Plastik, sind hier befestigt und von unten noch mal. Das Fahrwerk besteht auch komplett aus Kunststoff, inklusive der Räder, die sich drehen lassen. Auch das Flugzeug ist wieder kompatibel mit den Playsets von Mattel. Das sieht man hier schön an dem Sechskant. Mit dem Sechskant kann man die Modelle auf den Playsets befestigen. Und das Dekor, wie zum Beispiel die Schriftzüge. Hier hinten das Gelbe, die gelben Spitzen am Propeller. Das ist alles komplett aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Im Anschluss jetzt könnt ihr euch das Modell natürlich noch mal genauer anschauen. Ich möchte mich schon mal verabschieden. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst bitte das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.